Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Trading-Tipp. Ja die Märkte sind auf Abwägen der DAX wieder unter 11.400 Punkten und auch heute ist der deutsche Aktienmarkt im Minus. Eine Aktie die sich da einigermaßen dagegen stemmt ist der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen die Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt und wir sehen auch warum wir diese Aktie eben ausgewählt haben. Wir sehen hier diesen Ausbruch über dieses alte Rekordhoch im Bereich von 44 Euro. Sollte dieses Signal bestätigt werden in den nächsten 24 Stunden dann sehen wir hier durchaus weiteres Potenzial bis in den Bereich 46 im besten Fall 48 Euro. Hier nochmal sehr schön diese drei Bärenfallen die wir in der letzten Zeit gesehen haben mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie aber auch immer wieder gleich dieser schnelle Rebound und jetzt eben das neue Kaufsignal mit dem Sprung über die 44 Euro Marke. Deswegen auch unsere Empfehlung ein Factor-Long-Zertifikat unseres Partners Morgan Stanley MF1 GDH ist die WKN kostet 26,22 Euro bei einem Hebel von drei. Ich sag mal zwischen 33 und 35 Euro sind hier durchaus auf Sicht der nächsten acht bis zwölf Wochen im Bereich des möglichen. Den Stoppkurs den würde ich aber relativ eng setzen bei 23,50 Euro. Das war das Trading Setup für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und wir sehen uns morgen an gleicher Stelle. Tschüss. Musik